Wir sind wieder am Start und es ist noch ein Spiel in der Saison da, was wir noch bestreiten müssen. Ihr ahnt gegen wen es geht. Es geht im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Danach kommt nichts mehr. Danach war es das mit Newcastle. Danach passiert einfach nichts mehr, schlicht und ergreifend. Das heißt, es ist die letzte Episode des Newcastle-Karrieremodus heute. Dafür würde ich euch noch mal bitten, lasst einen Daumen nach oben da, pusht die Folge noch mal. Würde ich mich extrem darüber freuen. 1000 Daumen nach oben, 1500 eventuell, auch wenn ich das für unmöglich halte. Wäre ein absoluter Traum. Heute gibt es dann wie gesagt erstmal noch das Champions-League-Finale. Danach wird es noch Transfers geben und so weiter und so fort. Und natürlich noch die Simulation bis zum Ende der Sommertransferperiode. Könnte auch noch ein bisschen längere Folge werden. Wir werden sehen. Zunächst einmal schauen wir uns an, was wir hier noch so haben. Turnierpreisgeld 16 Millionen für die Premier League aktuell ist aus England. 12 Spieler sind da am Start. Jadlin unter anderem, der ganz interessant ist. Eme Nike. Ja, der ist interessant, aber sonst brauche ich hier eigentlich nichts. Ich will ja nichts mehr verpflichten so wirklich. Beziehungsweise, was heißt ich will nichts mehr verpflichten? Ich lege nicht unbedingt mein Augenmerk darauf, Leute zu verpflichten. Ähm, was haben wir denn hier noch? Was? Okay. Quäke. Spielt in meinem persönlichen Karrieremodus bei Hannover. Mein Wolfsburg-Karrieremodus. So. Jugendspieler will weg. Shuttleworth Monona. Hatten wir das letzte Mal eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das auch einfach vergessen, wegzumachen. Beziehungsweise, das ist einfach da geblieben. So. Shuttleworth Monona. Oder Monane. Entschuldigung. Ja, den wollten wir ja behalten. Vertrag anbieten. Zack, zack. Und künftiger Stammspieler. So. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Es sind noch ein paar Tage hin. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das letzte Mal schon gemacht haben. Aber, äh, naja. Wir werden schauen, was uns erwartet. Jugendspieler will weg. Und zwar Sada Dahlin. Ah ja. Pressekonferenz. Jetzt wird es wichtig. Wir loben. Ne, wir motivieren, Jukas. Ich will dieses Spiel gewinnen. Und ich werde alles dafür tun. Mir vollkommen scheißegal, was. Ich werde dieses Spiel gewinnen. So, Jugend. Ne, nicht Jugendstab. Mann, Mann, Mann. Jugendmannschaft. Hallo. Dankeschön. So. Wer war es? Sasa oder so. Ne, Sada Dahlin. Unser Schwede. Unser Rechtsverteidiger. Den wollen wir natürlich auch behalten. Den guten Sasa. Deswegen bieten wir auch dem einen Vertrag an. Allgemein werde ich gleich nochmal gucken. Natürlich am Ende jetzt der Saison. Wenig alles in den Kader aufnehmen von den Jugendspielern direkt mal. Callum Nightingale hat auch den Vertrag akzeptiert. Was sehr, sehr schön ist. Und da sind wir auch schon beim Spiel gegen Arsenal. So, er hat auch akzeptiert. Wunderbar. Alle drei am Start. Aktuell ist aus Frankreich haben wir noch drei Spieler. Angelo Silva, Alessandrini, Molo und Guy. Okay, alles klar. Gut, dann schauen wir mal eben nach, wie unsere Jugendspieler so aussehen und machen die Startausstellung für dieses Spiel jetzt hier gegen Borussia Dortmund. Die Jugendspieler haben 71, 72 und den hatten wir doch schon, ne? Five-Star, ja genau, Five-Star-Skills. Den hatten wir wirklich schon. Das heißt, wir sind ein bisschen wieder zurück. Ui, er ist 1,90 groß und ist nicht sonderlich schnell. Das war ja klar. Und er ist auch nicht sonderlich schnell. Die sind nie sonderlich schnell. Aber er hat immerhin drei Stunden. Die hatten wir doch letzte Episode schon, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Ich habe irgendwas verkackt mit dem Speichern oder so. Das kann durchaus sein. Wenn ja, tut es mir leid, dass ihr nochmal angucken musstet. Aber naja, sowas kommt halt vor. So, Romanoli geht raus. Dafür kommt Mandy in die Startausstellung. Callum Chambers kommt rein für Jan Mart. Jan Mart, Jan Mart. Laporte kommt rein. Er geht auch für Bank und zwar für Thormand. Benjana kommt in die Sturmaufstellung. Genau, in die Sturmaufstellung für Niang. Kabea kommt auf außen. Auf der anderen Seite De Jong ist in Ordnung. Altobelli geht raus. Sippel kommt dafür rein. Geist ist leider noch verletzt. Birimana, Obertin. Rolando Aarons kommt nochmal mit. Und zwar für Altobelli. Im Notfall brauche ich Tempo. Und nichts so Defensives. Ich denke mal, das ist eine gute Aufstellung. Natürlich müssen wir die beiden noch tauschen. Und die beiden. Und dann haben wir es auch schon. Gut, das wird unsere Aufstellung werden gegen Borussia Dortmund. Ich hoffe auf einen Sieg. Wir werden alles dafür geben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und bis gleich. Champions League Finale im Estadio Vicente Calderon. Und zwischen Newcastle United und Borussia Dortmund. Und für einen Spieler, vor allem für einen Spieler, war es ein ganz besonderes Spiel. Natürlich für die beiden Trainer, MGT und Jürgen Klopp. Eine große Herausforderung hier heute zu gewinnen. Beide wollten den Sieg mitnehmen. Jürgen Klopp zuletzt gescheitert im Champions League Finale 2013 gegen den FC Bayern München. Und MGT, naja, der wollte halt seine eventuell Newcastle Karriere mit einem Sieg in diesem Finale beenden. Natürlich dafür die beste Elf auf dem Platz. Natürlich auch bei Dortmund. Und das ist der Fall. Und bei denen stand halt, wie gesagt, ein Spieler auf dem Platz, für den es ganz besonders war. Und zwar Marco Reus. Nach seinem Vertrag, der jetzt im Sommer endet, wechselt er zu Newcastle United zu seinem neuen Arbeitgeber. Wie damals auch Mario Götze 2013. Da stand er in der Startelf und sah es nicht nur auf der Tribüne. Dementsprechend konnte er sich nochmal präsentieren. Und die Elf von Newcastle sah er auch ohne Marco Reus schon ziemlich stark aus. Begovic, Chambers, Sané, Laporte auf der linken Seite, Mendy, der erstmals wieder zurück war, Stindl, Sibble auf der Sechs, Kabea, De Jong, Ibrahimović und Wissam, wenn ihr da in der Sturmspitze eine sehr, sehr solide Elf des Premier League Meisters. Und auf der anderen Seite, die Deutschen waren hier auch zahlreich angereist und mit einer sehr starken Aufstellung vertreten. Weidenfelder, Piszczek, Marian Saar, Ginter und Schmelzer in der Verteidigung. Ja, Ginter und Saar waren ein bisschen ungewohnt. Allerdings auch eine sehr starke Innenverteidigerkombination. Sehr jung und sehr ambitioniert. Bender und Gündogan auf der Sechs vorne, Blaschikowski, Kagawa, Marco Reus und eben Edin Dzeko in der Sturmspitze, der ehemalige Citizen. Dementsprechend kennt er Newcastle United und wollte natürlich überzeugen hier in dieser Partie. Kabea auf der anderen Seite, der Kapitän. Er wollte auch überzeugen und er wollte zeigen, warum seine Mannschaft im Champions-League-Finale stand. Momentan trägt er übrigens nicht die Kapitänsbinde. Die trägt, ja, Stadl, Ibrahimović, insgeheim heißt es. Aber innerhalb der Mannschaft hat immer noch er das Sagen, der Franzose, der schon am längsten eventuell mit im Kader von Newcastle United ist. Federico Ramos Navarro, der spanische Liedriter, hilft dann die Partie an und die erste Aktion der Partie hatte tatsächlich Borussia Dortmund. Fehler von Sané im Aufbau. Spiel der Ball kommt zu Marco Reus und der steckt durch auf Bender, weil Sané da nicht richtig gut steht. Und der Schuss geht am Tor vorbei. Das war ganz, ganz knapp in der Situation. Es blieb aber im 0 zu 0. Man muss allerdings sagen, es blieb dabei, denn, naja, Borussia Dortmund war die deutlich aktivere und dominante Mannschaft. Marco Reus sehr auffällig gegen seine zukünftigen Kollegen. Dzeko schießt nicht, spielt in den Rückraum zu. Marco Reus, die Latte rettet Kaka, aber ist da, 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Und 16. Spielminute, die mitgereisten Fans, die konnten das gar nicht so richtig realisieren. Und dann plötzlich doch. Der Japaner stand nicht im Abseits beim Schuss von Marco Reus. Der Ball klatscht gegen die Latte und im Endeffekt hat kein Problem mehr, den Ball mit dem Kopf über die Linie zu drücken. 1 zu 0 für den deutschen Vertreter. Gegen den englischen Vertreter ist es tatsächlich so, dass es nichts wird für eine deutsche Mannschaft hier im Champions-League-Finale, eine englische Mannschaft hier im Champions-League-Finale. Wie damals bei Chelsea gegen Bayern. Naja, da war Chelsea definitiv unterlegen. Im Endeffekt haben sie gewonnen. Hier bisher Dortmund klar überlegen, ob das mal kein schlechtes Omen ist für die deutschen Vertreter. Auf der anderen Seite kam es dann erst nach 30 Minuten zur ersten Chance für Newcastle United. Wissermann, ja, da macht das da außen gut, setzt sich durch gegen Schmelzer. Und davor auch noch gegen Marco Reus. Zieht dann in die Mitte, macht das langsam. Ja, spielt den Ball in den Rückraum auf Remi Kabea. Der wird erst weggegrätscht, kriegt den Ball nochmal. De Jong ist plötzlich da, 1 zu 1, 33 zur Spielminute. Ja, so schnell kann es da mal gehen. Ein perfekter Pass in die Mitte von Lendal, der Deutsche auf Seiten von Newcastle United. Und dann steht es halt plötzlich 1 zu 1, direkter Ausgleich quasi mit der ersten Chance nach dem 1 zu 0. Es war mehr Glück als verstanden, mehr oder weniger. Denn der Pass war wirklich sehr, sehr unkonventionell in die Mitte gespielt. Aber Weidenfelder ist nicht rechtzeitig da. Piszczek kann De Jong nicht stoppen. Und dann steht es halt nun mal 1 zu 1. Bitter für Dortmund, denn sie waren das bessere Team. Und sie versuchten es auch weiter, da ja hier nach vorne zu kommen. Allerdings konterte Newcastle. Und das tat sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut. Kurz vor der Halbzeit nochmal. Wissam Eder mit dem Ball auf außen. Ja, macht das da gut. Wartet, dass Kabea aus dem Abseits rausgeht. Sippel dann mit dem Ball zurück nochmal auf Ben Yerda. In der Mitte, Ibrahimovic, der ist Kopfballstark. Gegen Ginter am Tor vorbei. Ganz knappe Situation. Es blieb aber beim 1 zu 1. Naja, und damit ging es dann auch in die Halbzeitpause. Sehr, sehr gute Partie. Sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem Borussia Dortmund sehr viele Chancen. Allerdings in der Chancenverwertung waren sie noch nicht so wirklich klasse. Und nicht eventuell durch Konter verlieren wollte. Ibrahimovic immer ein Gefahrenfaktor. Und weiden Fälle hat es zumindest einmal schon nicht so gut ausgesehen. Zur Halbzeit 1-1. Wir springen direkt rein in die zweite Halbzeit. Und die wurde direkt mal furios und interessant. Denn es kam Newcastle United. Aber erst nachdem Dortmund kam. Und zwar mit Gündogan. Der setzt sich hier wunderbar durch. Der Ball auf Blaschikowski. Der versucht mit dem Ball nach außen. Und dann steht da niemand mehr. Denn es gibt einen Freistoß. Komplett unsinnig in der Situation. Niemand weiß wirklich, wofür sie diesen Freistoß gegeben hat. Aber es gibt ihn. Und Marco Reus aus knapp 20 Metern. Ideale Position für den Freistoßspezialisten. Der versucht es auch direkt gegen den Pfosten. Ganz wieder in der Situation. Blaschikowski nicht mehr mit dem Abschluss. Beziehungsweise mit dem abgewehrten Abschluss von Begovic. Und dann kam der Konter über Benjana. Wie gesagt, bei Kontern sind sie gefährlich. Der Ball auf Ibrahimovic. Aber niemand läuft so wirklich mit. Deswegen muss der Schwedis alleine machen. Setzt sich durch gegen Marian Saar. Setzt sich nochmal durch gegen Marian Saar. Zieht in den 16er ein. Macht das da klasse mit dem linken Fuß. Abgewehrt von Weidenfeller. Und Schmelzer kann im Endeffekt dann klären. Gegen Kabea, der danach gehalten war. Man merkte, es wurde stärker bei Newcastle. Einwurf von Kabea auf De Jong. Ne, auf Benjana. Und da beschwert sich Ibrahimovic darüber. Über was weiß man nicht. Kriegt den Ball zugespielt. Und plötzlich ist er wieder voll da. Der Ball auf De Jong. Der setzt sich durch gegen Pitchcheck. Sieben. De Jong. Zwei zu eins. Newcastle United. 54. Minute. Der Niederländer war gar nicht eingeplant für die Startelf. Eigentlich sollte Julian Draxler da stehen. Und jetzt macht er den Doppelpack. Der hier eventuell den Champions League besiegt bedeuten könnte. Für Newcastle United und für seinen deutschen Trainer im GT. Gegen den deutschen Vertreter Borussia Dortmund. Das war ganz schlecht verteidigt von den Borussen. Pitchcheck sieht da richtig schlecht aus. Ja. Gegen sieben De Jong. Und der hat keine Probleme mit seinem linken Fuß den Ball an Weidenfeller vorbeizuschieben. Zwei zu eins. Und jetzt musste Dortmund natürlich kommen. Und sie versuchten es auch. Über Blaschikowski mit dem Ball auf Gündogan. Und da ist dann Weidenfeller dazwischen. Nochmal der Ball auf Dzeko. Der versucht es mit der Flanke wieder. Gündogan abgewehrt. Und dann rausgeklärt nochmal Schahin mit dem Ball nach vorne. Da ist Blaschikowski. Und Begovic mit einem klasse Reflex. Fährt seinen Fuß aus. Ja. Und da springt Blaschikowski zurecht auf den Boden. Denn es blieb ein 2 zu 1 für Newcastle. Ecke Marco Reus. 72. Minute. Kopfball von Dzeko an die Latte. Mehr oder weniger zumindest. Begovic war auch noch dran. Es gab einen weiteren Eckball. Sehr, sehr schwammig jetzt plötzlich hinten drin bei Newcastle. Es gingen dann Ben Yedda und auch Cabella aus der Partie. Für die Ayose Perez und Nyang in der Partie. Sehr, sehr offensiver Wechsel eigentlich für Trainer MGT. Aber er wollte wohl auf Konter setzen. Auf der anderen Seite gab es aber weiter große Chancen. Reus mit dem nächsten Eckball nach knapp 77 Minuten. Und Sané springt da einfach mal rein. Das war richtig knapp. Das hätte auch ein Eigentor werden können. Es blieb beim 2 zu 1. Begovic mit sechs Paraden ausgeseitert in der Partie. Allerdings bisher noch nie wirklich gefordert. Und dann kam der lange Ball auf Shinji Kagawa. Plötzlich im 16er. Komplett alleine. Der Ball auf Reus. Und der sieht Ciro Immobile eingewechselt. Gehalten. Ball nicht richtig geklärt. Da ist Blaschikowski. Und der schießt vorbei. Der schießt vorbei aus fünf Metern. Das Tor war offen. Er musste ihn nur reinschieben. Und Begovic war chancenlos. Und es bleibt trotzdem ein 2 zu 1. Und dann kam es wie es kommen musste. Nochmal ein langer Ball. Und dann Ibrahimovic mit dem Ball auf den eingewechselten Ereusse Pérez. Und der alleine gegen Ginter. Und der ist nicht so wendig wie der Spanier. Und der Spanier kann sich durchsetzen. Vor beiden Fäller. 3 zu 1. Die Entscheidung. 90. Spielminute in der Nachspielzeit. Ja. Holt sich Newcastle United die Champions League Trophäe gegen Borussia Dortmund. Im Endeffekt vielleicht nicht ganz verdient. Denn Dortmund war das bessere Team. Hatte deutlich mehr Chancen. Deutlich mehr Abschlüsse. Aber die Effektivität. Die war auf Seiten von Newcastle United vor Anayose Pérez. Mit dem 3 zu 1 in der Nachspielzeit. Und somit mit dem Sieg in der Champions League für Newcastle. 3 zu 1. Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Pérez, De Jong und nochmal 7 De Jong hatten getroffen. Das hatte man niemals so erwartet. Und obwohl Borussia Dortmund das bessere Team war. Wie eventuell schon gegen Bayern. Oder auch Bayern gegen Chelsea. Ist es wieder nicht der deutsche Vertreter. Der hier die Champions League gewinnt. Es ist Newcastle United mit dem ersten Champions League Titel in der Geschichte des Vereins. Und mit dem ersten Champions League Titel in der Geschichte von Trainer MGT. Ja das war auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Karriere bisher. Bis zu diesem Zeitpunkt für den deutschen Trainer bei den Magpies. Mal sehen wie es in Zukunft weitergehen wird. Wir lassen Sie alleine mit den Bildern der Feierlichkeit. Mal sehen wie es in Zukunft weitergehen wird. Mal sehen wie es in Zukunft weitergehen wird. Wir sind tatsächlich Champions League Sieger. Das ist unfassbar. In unserem letzten Spiel für Newcastle. Beziehungsweise nicht in unserem letzten Spiel. In unserem letzten gespielten Spiel sozusagen. Für diesen Verein. Für die Magpies. Zumindest in absehbarer Zeit. Ja gewinnen wir die Champions League. Und das gegen einen der besten Gegner. Gegen die ich überhaupt gespielt habe. Die hatten einfach so viel Pech im Abschluss. Aber De Jong war halt beide Male da. Und dann auch einmal der Josef Pérez mit dem Konter. Und dann gibt es einfach den Sieg im Finale. Wunderbar auf jeden Fall. Freut mich riesig, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Ist einfach genau das, was ich haben wollte. Ich habe es ja gesagt. Ich werde alles für den Sieg tun. Es hat funktioniert. Und von daher bin ich da sehr, sehr froh drüber. So. Wir schauen mal, was im nächsten Tag noch so passieren würde. Und wir gucken uns natürlich vorher noch unsere Statistiken an. Das ist glaube ich mal ganz klar. Ich glaube am 1. Juni werden immer die Spieler geupgradet. Aus der Jugendmannschaft. Nastasic möchte weg. Und die sind alle dankbar. So. Er hat immer noch 70 bis 74. Mit 16 ist das wirklich krass. Den holen wir auch mal hoch in die Mannschaft jetzt rein. Alles andere wäre absoluter Schwachsinn. Den Abdoulaye Clement. Sporadischer Spieler, sage ich mal. Adria. Nee, den können wir rauskicken. Ihn lassen wir in der Jugendmannschaft. Ihn lassen wir auch noch drin. Ihn können wir rauskicken. Ihn können wir eigentlich mal hochholen. Eigentlich können wir ihn hochholen. Er hat so gute Werte. Da macht man das schon mal. Künftiger Stammspieler der Williamson. Ihn. Nee, nee, Quatsch. Ich habe immer gesagt, holen wir nicht hoch. Nee. Weil er 16 ist. Ja, genau. Ihn können wir auf jeden Fall hochholen. Nein. Ach ja, doch, doch, doch. Ihn können wir auch hochholen. Genau. Mit dem guten Eth oder Ad oder wie auch immer. Sporadischer Spieler. Oder die Eth oder sowas. Auf ihn freue ich mich auch. Ihn holen wir noch nicht hoch. Ihn können wir freigeben. Ihn können wir auch freigeben. Und ihn lassen wir noch in der Jugendmannschaft. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Haben sehr viele potenzielle, richtig krasse Spieler. Luke Williamson hat schon mal akzeptiert. Genauso wie Abdoulaye, Clement und Dutt. Oder der. So, ach ja, wir sind ja auch noch Nationaltrainer. Da trete ich mal zurück. Da trete ich mal zurück. Da habe ich keine Lust drauf. Beim besten Willen nicht. So. Da kann ich jetzt gar keinen Nerven mehr drauf. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich auf Newcastle. Habe irgendwie nicht so wirklich durchgezogen. Beziehungsweise doch. Weil ich ja nie wirklich, ja, lange bei irgendeiner Nationalmannschaft war. Ähm, wir haben Williamson. Der hat ein Sterne Weakfoot. Hammer. Äh, Nightingale und die anderen beiden. Wo sind die? Die sind noch nicht da. Oder wie sieht das aus? Scheint zumindest so. Äh, ja, scheint zumindest so. Ist unser Kader vielleicht voll? Liegt es daran? Ich weiß es natürlich nicht. Unser Kader ist voll. Ah ja. Äh, natürlich nicht so gut. Das heißt, wir könnten theoretisch mal Spieler rauswerfen, wa? So ein Karl Darlow. Weißt du? Ah ja. Äh, so ein Jamie Leskell. So ein Gabriel Auberton. Na, das sind alle Spieler, die halt was wert sind, ne? Dummerweise. Äh, dann lassen wir es erstmal so. Die Jugendmannschaft ist schön und gut, aber irgendwie nicht so doll gelaufen jetzt. Aber egal. Müssen wir dann halt im Sommer noch hochholen. Dad und, äh, Clément, müssen wir uns merken. Aktuell ist aus England. Äh, Schiel haben wir hier. Der Andre Jettl, lassen wir mal drauf. Thiago Iori. Beobachten wir mal weiter. Courtois, Hazard. Hätte ich gerne. Bojan. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Äh, Fellaini ist uninteressant. Und der Rest, den wir hier bisher sehen, auch. Moreno kann man mal sogar, obwohl nein. Wäre auch interessant. Roto, Fazio, Lukas Leyva. Das passt schon alles so, wie es ist. Dann machen wir weiter. Und gucken wir uns jetzt gleich nochmal unsere Statistiken an, wie es denn aussieht. Ja, bei unserer, ich sag mal, unserem Team schlicht und ergreifend. Im Endeffekt ist es ja unser Team gewesen über die letzten Jahre und wie wir uns so entwickelt haben. Vor allem in dieser Saison nochmal, wie die Statistiken waren. Denn das will ich natürlich nicht vernachlässigen. Lamella wäre ein Spieler, den ich unbedingt haben will. Aber gut, haben wir halt jetzt unseren nicht monatlichen Scouting-Update. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht und den brauchen wir auch nicht. Wunderbar. So, und dann gehen wir mal auf Mannschaft und auf den Teambericht. Wir schauen nach, was da so passiert ist. Begovic, plus drei insgesamt in der Saison, 19 Mal zu 0 gespielt in 38 Premier League Spielen. Das heißt, ja, die Hälfte der Spiele zu 0. Champions Cup immerhin fünf Spiele ohne Gegentor im FA Cup. Auch die Hälfte. Also auf jeden Fall eine ordentliche Quote. Sieben-Kauf-Vierer-Bewertung im Durchschnitt mit richtig, richtig krassen Werten. Das wäre für Ultimate Team so eine unnormale Karte. Hat sich auf jeden Fall gut gemacht. Callum Chambers hat sich auch gut entwickelt. Ist 22. Hat mega viel Potenzial. Hat zwar nur zehn Spiele gemacht, aber immerhin Tor eine Vorlage gegeben. Im Champions Cup hat er auch eine Vorlage gegeben. Also eine gute Rückrunde, weil er ist ja erst in der Rückrunde gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Salif Sané. Ja, hat sich gut gemacht. Ist auf 80 hochgegangen. Hat 88 Mann, Deckung 87, fairer Zweikampf. 94 Kopfballpräzision. Das ist, eigentlich müsste der mehr Sprungkraft haben, wenn man in der Realität sieht. Aber auch er ist 26, also er kann sie noch steigern. Und das war einfach ein super Transfer, weil ich Sané ja auch sehr mag. Almerik Laporte, muss man nicht drüber reden. Vielleicht Königstransfer, 30 Millionen Mark wert, 86. Die Werte sind überragend, hat eine gute Saison gespielt. Nicht die Top-Durchschnittsnote, aber die beiden anderen Verteidiger auch nicht. Die Defensive war immer so ein bisschen kritisch. Mandy war lange verletzt, hat leider nur vier Spiele für uns gemacht. Aber an sich ist er nicht schlecht. 22 Jahre alt, hat noch Steigerungspotenzial. Genau wie Lennart Ajatay-Sippel. Hat 23 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, 6,3er Bewertung im Durchschnitt ebenfalls. Da ist Mandy sogar noch ein bisschen besser. Lars Stindl, drei Tore, drei Vorlagen im Champions Cup, zwei Vorlagen und im FA Cup immerhin ein Tor gemacht. 6,7er Durchschnittsbewertung bisher mit die beste, abgesehen von Begovic. Ist sogar die beste. Also, hat sich genauso gemacht, wie ich es haben wollte. Ein super Spieler mit nur einem gelben Stat bei physisch und bei Technik. Abgesehen vom Torwartspiel natürlich. Remy Cabella, eventuell einer unserer Top-Männer. Was hat er denn für ein Problem? Enttäuscht, dass er nicht öfter eingesetzt wird. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil er hat 24 Spiele gemacht, 12 im Champions Cup. Also eigentlich spielt er schon andauernd. Ist auch ein mega geiler Spieler, den ich niemals verkaufen würde. Einfach, weil ich den extrem geil finde. Nächste Saison, oder wenn wir irgendwann nochmal fortsetzen, wird er auf jeden Fall wieder spielen. Ist ganz klar, denn ich mag den richtig gerne. Sieben De Jong ist der Grund mit, warum ich den Karrieremodus angefangen habe. Hat im Champions Cup, der jetzt zweimal getroffen hat, auch sonst eine gute Saison gespielt. Wenn er gespielt hat, war er immer überzeugend. Und 6,5 ist in Ordnung auf jeden Fall. 6,8 für Wissam Beneta nur sieben Tore. Das heißt ein bisschen enttäuschen, aber das lag natürlich auch an seinem Sturmpartner. Und das erste Mal musste er sich halt mit jemandem anderen noch messen. Hat aber immerhin sieben Tore im Champions Cup gemacht in zwölf Spielen. Also vollkommen in Ordnung. Ein Tor im FA Cup, insgesamt 15, 45 Spielen. Jedes dritte Spiel ein Tor. Dazu noch sechs Vorlagen. Das geht auf jeden Fall klar. Ibrahimovic ist wohl mit der beste Spieler, den ich jemals gespielt habe im Karrieremodus. Zwei Tore in einem Spiel im Kabinett One Cup. Zwei Tore im FA Cup. Acht in der Champions League. 23 in der Premier League. Das sind unfassbare Bewertungen. Und naja, ich freue mich, dass ich den gekauft habe, denn er hat sich richtig gut geschlagen. Leider 35, leider alt, leider wird er schlechter. Aber die Werte sind immer noch überragend. Und er hat überragend gespielt in seiner ersten und letzten, vielleicht vorletzten Saison bei Newcastle. Rolando Aarons ab und zu mal gespielt. Nichts Überragendes, brauchen wir nichts zu sagen. Josep Perez hat am Ende nochmal ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Kommandar auch gleich überzeugt mit drei Treffern in gerade mal fünf Spielen. Also der ist einer für die Zukunft als ja noch Realität. Gerade ein bisschen am durchstarten. Ist ja sehr, sehr schön. Adam Campbell ist ein bisschen mehr durchgestattet diese Saison mit 18 Spielen. Immerhin fünf Tore, zwei Tore im Champions Cup und zwei im FA Cup. Also vollkommen in Ordnung. 6,7er Bewertung hat sich gut gemacht und wird in Zukunft auch noch eine Rolle spielen. Beziehungsweise werden wir den irgendwann nochmal fortsetzen. Ich denke mal, muss ich nicht nochmal dazu sagen. Ihr wisst es. Nyang war auch ein bisschen Königstransferner für 1,5 Millionen oder sowas geholt. Oder 1,3 oder irgendwie sowas um den Dreh. War es. 7 Tore, 7 Vorlagen in der Saison gemacht. 1 Tore im FA Cup, 3 Vorlagen. Insgesamt 8 Tore, 11 Vorlagen in 45 Spielen. 6,6er Bewertung hat gute Werte auf jeden Fall. Ist schnell, hat Forster Skills. Ist 22, hat 80. Das ist einfach richtig, richtig krass. Jetzt bin ich hier rausgegangen, warum auch immer. Das war ein bisschen blöd. Aber egal. Na komm. So, da sind wir wieder drin. Weiter machen wir mit Draxler. Ja, Winterpause halt gekommen. Müsste noch ein bisschen öfter spielen. Wird da aber auch irgendwann. Ich meine jetzt 23, 82. Da geht noch was. Sechs Tore im Champions Cup, wie auch immer er das gemacht hat. Ein Tor in der Liga nur. Aber, ja gut. Er ist halt spezialisiert, genau wie Gregor in einer Liga nicht trifft. Oxlade-Chamberlain. Ja, hat sich halt nie entwickelt. Von daher muss man da nicht drüber reden. Der Riham hat 32 Spiele gemacht. Ein Tor, eine Vorlage. Ein sehr, sehr guter Spieler. Der mir extrem gut gefällt. Hat sich auch extrem stark gespielt. Ich glaube, der mit den meisten Einsätzen neben Begovic diese Saison. Und auch er entwickelt sich noch weiter. 27, perfektes Alter. Läuft auf jeden Fall. Bei Anastasic brauchen wir nichts zu sagen. Selten gespielt, wenn dann nicht immer so solide. Florin Thauvin. 6,1er Bewertung nur im Durchschnitt. Hat mir zwar gut gefallen, aber war halt nicht der allerstärkste bisher. Karmontausch gegen Morrison von Margey. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können für Morrison, wenn man bedenkt, wie gut er war. Aber Thauvin ist 24 und der kann sich noch entwickeln. Paul Dummett hat zweimal gespielt. Da war er solide. Sasa Darling kann man noch nichts zu sagen. Alex Smith hat viermal gespielt. Ich würde ihn ja gerne ausleiten, aber es will ihn ja irgendwie keiner haben bisher, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, der entwickelt sich noch. Ist ja 19, hat 70, also da geht noch was. Marco Altobelli hat ab und zu mal gespielt. Neun Spiele immer gemacht. Als Jugendspieler mit 17 Jahren ist das vollkommen in Ordnung. 75er Bewertung dafür ist überragend. Also von dem kann man auch viel erwarten in der Zukunft. Shuttleworth Murnane haben wir gerade erst geholt. Hat aber immer schon mal 69 mit 17. Ich hätte ihn gerne in der Jugendmannschaft gelassen, aber er wollte ja unbedingt hoch. Von daher, was willst du machen? Callum Nightingale, 16 Jahre alt und 73er Bewertung. Five-Star-Skills dazu, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, er war das genau. 1,69 großer, dafür 79 Körperstärke. Ne, doch nicht, 53. Habe ich gerade schon gedacht. Aber die Werte sind gut und der wird sich bestimmt gut entwickeln. Hätte ich noch ein Jahr länger gelassen in der Jugendmannschaft, dann wäre der richtig explodiert, glaube ich. Luke Williamson, 16 Jahre alt, 70er Bewertung, geht auch vollkommen klar. Ihn würde ich natürlich gerne verleihen. Aber da werden wir gleich nochmal gucken, wenn wir in die Transferperiode gehen. Ist ja ganz klar. Ich denke mal, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Dann haben wir Charles Castelletto. Wurde geholt für Abey. Das war ein Transfer aus Langeweile. Er hat ab und zu mal ganz solide gespielt, aber kein Stammspieler. Roman Noli, 3 Millionen für den ausgegeben. Hat sich nicht so gut präsentiert, aber einigermaßen okay gespielt. Wenn er gespielt hat, war er solide. Vor allem im FA Cup mit der einen Vorlage, die er gemacht hat, aber ist kein großartiger Spieler. Würde ich gerne verkaufen. Johannes Geis, ja. Solide gespielt. Leider Gottes nicht so gut drauf. Und das ist ein bisschen schade. Der schießt einfach keine Tore bei mir und entwickelt sich auch nicht so krass. Aber er ist jetzt 23. Das heißt, da geht noch was. Cusava, genau das Gleiche mit 24. Mal sehen, wie das laufen würde. Das ist halt in schlechter Form. Sowas kommt vor. Gut. Biggi Rimana. Er hat übrigens noch Konkurrenz von Mandy. Ist ganz klar. Ja, Biggi Rimana. Wenn er gespielt hat, okay. Karl Dalaub. Bernal Anita, wenn er gespielt hat, okay. Obertor hat ein Spiel gespielt. Von daher kann man da nicht viel zu sagen. Rüdiger war ausgeliehen. Am Bayern 04 hat sich absolut nicht entwickelt. Muss ja mir anders ausleihen. Daniel Barker hat sich gut entwickelt bei Besiktas, so wie ich das hier sehe. Der 77er Rating, sehr in Ordnung. Auf jeden Fall für 19-Jährigen. Passt mit 93 Mann decken, 93 fairer Zweikampf. Jan Reinholz entwickelt sich langsam. Das ist auch schön. Kingsley Comar ist verliehen. Hat sich nicht entwickelt. Und dann war es das. Ich mache jetzt mal einen kurzen Cut, weil sonst die Video-Hörtheit zu lang wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und wir können weiter simulieren. Wir sind im Juni. Es geht noch bis Ende August. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber wir sind ja gleich immerhin schon mal im Juli und damit am Ende der Saison. Ich denke mal, mit meiner Leistung müsste man zufrieden sein. England ist abgegrast. Das ist Abschlussbericht zu Bojan und Kevin Miralas. Bojan immer noch nur 26 Jahre alt. Aber leider Gottes nicht so krass. Kevin Miralas ist ein Spieler, den ich in Realität sehr gerne mag. Aber hat auch nur 18 mit 29. Das heißt, bei dem ist nicht mehr so viel Potenzial da. Lamela wird vielleicht für irgendwann mal interessant werden, weil ich den extrem geil finde. Ich finde den so sympathisch. Ich hoffe, dass der sich in Realität nochmal richtig entwickelt. Hat einmal schon mal Rabona-Tor gemacht diese Saison. Also da geht auf jeden Fall was. Wir haben sonst nichts mehr wirklich für in dieser Saison. Das heißt, wir kriegen jetzt nur noch unsere Trainer-Auszeichnung hier. Die ausgesehenen Spieler kehren zurück. Wir sind der Trainer der Saison geworden, was nicht sonderlich überraschend ist. Und ja, dann würde ich sagen, mit 23 Toren den Top-Tor hergestellt. Tabellenerster mit 6 Punkten Vorsprung. Damit kann man nochmal eine Saison beenden. Gute Saison. Leistung war okay und Leistung war überragend. Sagenhaft. Ligameister werden erfüllt und nationaler Pokal. Bessere Leistung erwartet. Habe ich halt im Pokalfinale nicht geschafft. Aber gut, sowas passiert. Oxlade-Chamberlain alles ruhig an der Front. Ist in Ordnung. Naja, da wird auf jeden Fall noch was passieren mit dem guten Alex Oxlade-Chamberlain. Und genauso mit anderen Spielern, die in unserem Kader sind und da leider ein bisschen verrotten. Aber gut, so ist das immer. Warten wir mal ab. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich mache auch kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Weiter Oxlade, weiter Oxlade, weiter Oxlade, weiter Oxlade, weiter Oxlade. Der Spieler des Jahres wurde auch noch bekannt gegeben. Und zwar ist da Spekowitsch. Das ist nicht überraschend. Ich glaube, das haben wir auch schon gesehen. Saisonbudget 32 Millionen. Das ist ein bisschen lächerlich eigentlich. Das ist wirklich sehr, sehr lächerlich. Aber da kann man halt nichts gegen machen. Wir sind halt Newcastle, ein kleiner Verein, so gesehen. Und von daher darf man da nicht so allzu viel erwarten. Wir gehen gleich rein in die Transferphase. Mal sehen, was wir da noch so haben. Auf jeden Fall die Geschichte und die Zukunft des 23-jährigen Oxlade-Chamberlain erscheinen, kein Ende zu nehmen zu wollen. Kein Ende nehmen zu wollen, natürlich. Weiter düstere Wolken über Fernandinho. Ah, ja, okay. Regelmäßig schlechtes Wetter. Ah, ja. MGT als Belgien-Trainer zurückgetreten. Das stimmt. Rückträger die Konsequenz aus dem Treffen des Vorstands. Bei den Schritten von Demissionen. What the fuck? Egal. Arsenal, Oxlade-Chamberlain zurückkommen. Ja, gut. Zu Chelsea? Was wollen? Ja, von mir aus. Wenn sie mir Geld geben, ne? Ich kann damit leben, du. Also, so ist es ja nicht, ne? Ich habe ja kein Problem damit, den abzugeben. Hat zwar niedrigen Marktwert, aber gut. Von mir aus. So, es lädt jetzt hier gerade von mir oder nicht. Das ist nicht so schön. So, da sind wir jetzt endlich mal. Haben es geschafft. Trainingsverletzung ist wunderbar. Zwei Tage wird Obertauern ausfallen. Ja, gut. Das ist in Ordnung. Vorvertrag. Wen hat man denn? Ach, Reus! Und Martinez? Welcher Martinez? Warte mal. Welcher Martinez denn? Martinez? Welcher Martinez? Ich habe kein Martinez. Hier ist kein Martinez. Doch. Ach, Inigo. Ha, stimmt ja. Hammer. Okay, alles klar. Trainingsverletzung hatten wir schon. Äh, Ziel-Chemits-Cup natürlich kam. Oh, Phase. Na gut. Von mir aus. Äh, Monatsbericht Jugendmannschaft. Was haben wir denn da Schönes? Na komm, dann lade jetzt auch. Ich glaube, es hat sich aufgegangen. Wenn sie jetzt aufgegangen hat, sind wir ein bisschen am Arsch, weil natürlich hat sich es aufgegangen. Äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Hat ein bisschen gedauert, denn ich musste nochmal alles machen. Ich war am 28. Mai wieder angekommen und, äh, naja, hat sich nicht viel verändert. Die Spieler sind da. Ich habe allerdings nicht die Nachwuchsspieler in den Verein geholt. Das habe ich jetzt gelassen. Die habe ich in der Jugendmannschaft gelassen, bis die sich beschweren. Ähm, denn das ist ein bisschen schlauer meiner Meinung nach, weil die sich in der Jugendmannschaft weiterentwickeln können und das besser machen. Ähm, ja, wir können eigentlich mal kurz unsere Spieler auf Transferlisten setzen, die wir nicht mehr brauchen, beziehungsweise die wir nicht mehr haben wollen. Wollen wir uns mal eben anschauen, wie der Reus und der Martin jetzt so aussehen. Reus hatte, glaube ich, 86 nur. Ja, hat sich also noch nicht gesteigert, was ein bisschen sehr tragisch ist. Aber gut, äh, Ablösefrei kann man ja trotzdem gerne mal mitnehmen. Und Martin, der hatte gerade noch 84, da bin ich mir relativ sicher. Äh, das ist natürlich blöd gelaufen, aber da kannst du halt auch nichts gegen machen. Äh, ansonsten, bl 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 bl, nichts Großartiges hier. Wir werden einfach nur ganz viele Transfers machen. Wir werden ganz viel verkaufen. Ähm, Oxlade-Chamberlain werde ich nie auf Transferliste setzen, aber der Vertrag läuft aus. Also nicht so gut. Ähm, so, wir haben auf Transferliste Anita Obertin-Perez, den wir gerne ausleihen würden. Äh, Aaron Starlow und Luskell. Wir können noch dazusetzen. Barca auf die lalalalalalai-Liste? Nein. Aber Reinholds auf die Leihliste. Dazu setzen wir Perez auf die Leihliste. Das haben wir schon. Äh, Mendy, nee. Ähm, Draxler-Sane, Nastasic auf die Leihliste eventuell. Bigi Rimana auf die Transferliste. Kurzawa Nyangdamit auf die Transferliste. Äh, Campbell auf die Leihliste. Ähm, Ibrahimovic-Benjeda de Jong-Altobelli eventuell auch mal auf die Leihliste. Rüdiger auf jeden Fall auf die Leihliste. Castelletto auf die... Äh, Quatsch, das ist Chambers. Äh, Comar auf die Leihliste. Äh, Castelletto auf die Leihliste. Dazu noch, äh, das war's. Oder nee. Den auf der Leihliste. Murnane auf die Leihliste. Und Nightingale eigentlich zumindest mal kurzleihe. So, dann haben wir ganz viel auf der Leihliste. Und ich überlege gerade, ob ich wirklich zwei Stürmer abgeben will. Oder ob ich nur einen abgebe. Ich glaube, dann lasse ich mal Campbell von der Leihliste weg. Damit das ein bisschen rentabler ist. So, mal sehen, was wir für Transferangebote so bekommen. Äh, wie gesagt, das ist hier das Letzte, was ich jemals mit Newcastle... Was heißt jemals? Nicht mit jemals, aber das Letzte, was ich in nächster Zeit mit Newcastle machen werde. Von daher haben wir da ein bisschen Luft. Oxidech haben wir da ein Angebot erhalten. 6 Millionen. Ich will, äh, 10. Oder 14. Naja. Natürlich viel zu viel er über Marktwert. Aber er hat ja theoretisch das Potenzial und so weiter und so fort. Er will gerne wechseln, ne, und so weiter. Von daher ist auch diesen schon mal zu dem Schluss gekommen, dass er nicht gehen wird. Beziehungsweise, dass sie ihn nicht kaufen werden. Ne, das ist schon mal nicht so schlimm. Jugend-Scout-Bericht ist verfügbar. Das ist der aus der Elfenbeinküste, beziehungsweise von der Elfenbeinküste. Ja, der sieht super aus. Er gefällt mir auf jeden Fall. Transferangebot für Salif Sané. Das ist ja sehr interessant. Gebt mir 116 Millionen. Er hat sogar 81 jetzt. Er ist nochmal gestiegen. Das heißt, wir können auch mal nachgucken, was er so sich entwickelt hat. Das war der Jugend-Scout-Bericht. Jetzt haben wir einen richtigen. Wir sind aber alle scheiße. Von daher war das schon mit dem Andi-Fallend ganz richtig. So. Wir können mal kurz selber bei unseren Scouts gucken hier. Jugendstab. Zack. Alle verfügbar. Wir senden die jetzt mal den Engländer nach England für sechs Monate. Dann schicken wir den Griechen nach Griechenland. Warum auch nicht. Schicken sie dann in ihre Heimatländer für sechs Monate. Und jetzt drei. Ne, sechs. Und Eden schicken wir nach, was weiß ich. Nicht in sein Heimatland, aber nach USA, weil er das spricht. Er gibt Sinn. So. Steelball-Scouting-Netzwerk auf Marinators und Marinators eher. Für meine guten Freunde. Und dann geht es weiter. Bayern verpflichtet Neymar. Die sind zufrieden mit den 116 Millionen, denn sie werden sie nicht bezahlen. Das heißt, sie müssen kein Geld für Sané ausgeben. Und Ibrahimovic spricht über die Zukunft seiner Karriere. Das ist jetzt nicht so schön. Letzte Saison eventuell. Nicht gut, nicht gut. Aber das heißt, dass er noch weiter runtergehen wird. Halleluja. Ja, gut. Was müssen wir noch machen? Bekovic ist auf 86. Ich glaube, das war er vorher nicht. Wir können mal Nian reintun für Cabella. Wir können mal Benera raustun. Dafür packen wir Perez rein. Wir können mal Campbell reintun für Ibrahimovic. Wir können mal Aarons reintun für De Jong. Wir können mal Yamat reintun für Chambers. Wir können mal alle spielen lassen, die hier so ein bisschen außen vor sind eigentlich. Beziehungsweise nicht so viel spielen. VW können wir mal reintun für wen? Das ist jetzt die Frage. Für niemanden eigentlich. Aber auf die Bank setzen zumindest mal. Für Benyela. Komm. Dann können wir Dahlin mal spielen lassen. Kann der links? Nee, der kann Innenverteidiger. 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 Dann Laporte nehmen wir raus. Dafür kommt Nastasic rein. Ach, Reus haben wir jetzt auch noch. Ey, wir haben so viele Spieler. Das gibt's überhaupt nicht. Nightingale kann noch ZM. Aber ZM machen wir mal nicht. Murnane kann noch ZOM. Kann er 6 sein? Nein, kann er nicht. Aber er steht dann halt in der Innenverteidigung. Und dann machen wir dann Nastasic auch für 6 oder so. Ich hab keine Ahnung. Links Kuzawa hier. Und dann noch für 6. Nastasic. Näh, doch. Näh, doch. So. Und dann geht noch. Hier. Smith auf die 6. Mal geklärt. Ah, ja, ja. Mein Kader ist viel zu voll. Ich glaube, ich beende das hier ohne irgendwie noch bis zum letzten Tag gegangen zu sein. Das wird mir sonst viel zu stressig. Wenn die ganzen Testspielen und so. Vor allem auch Spielen an sich. Ah, ja, ja. Egal. Egal, egal, egal. Ja. 4 Minuten Führung. Wunderbar. 3-0 gewonnen. Kabea hat getroffen und andere haben genetzt. Verletzt. 2 Tage Ausfall in Nastasic. Nadol, den ich gerade verkaufen will. Aber egal, das ist das Spiel gegen Galliari. Chinenye Emenike ist der Arsenal natürlich 4. Saisonprognose. Hammer. Aarons geht raus. Reus kommt rein. Reus kommt rein. Reus kommt rein. Rüdiger kommt rein. Rüdiger kommt rein. Rüdiger kommt rein. Barker kommt rein. Barker kommt rein. Barker. So, Reinholz kommt rein. Ben Yedda kommt rein. Alto Belli kommt rein. Alto Belli kommt nicht rein. Thorvan kommt rein. Nein. Nee, Draxler brauchen wir nicht. Thorvan kommt rein. Descale kommt rein. Und das war's. So. Gut. Dann machen wir noch das Testspiel. Und ich würde sagen, wir machen nur noch die Testspiele. Und den Rest spare ich mir dann für irgendwann mal auf, wenn wir dort nochmal zurückkommen sollten. Zu Newcastle United. 2-2 verloren durch Ibarbo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Letztes Spiel also für Valencia. Thorvan fällt für zwei Monate aus. Halleluja. Da freut man sich, dass man diese zwei Monate nicht mehr erleben wird. So. Schauen wir mal nach. Transferangebot für Ronaldo. Arons. 1,2 Millionen nehme ich einfach an. Wobei, nein. 2,2 will ich schon haben. Der ist ja an sich talentiert. Ist 21 Jahre alt und so. Und ja. Gut. Arons möchte mich was fragen, ob er spielt. Abbrechen. Und was können wir hier noch mal angucken? Reus gleich mit vorm Runter. Hammergeil. So. Dann fangen wir Geis hier rein. Geis kann auch wieder spielen. Aber hat vorm Runter. Ist egal. Barker auch. Rüdiger hat sich genauso präsentiert, wie ich es erwartet habe. Und zwar überhaupt nicht gut. Egal. Wir lassen das jetzt einfach so. Wir machen das letzte Testspiel. Oder war es das von dieser Episode? Ist auch lang genug. Ich denke mal. Ihr habt auch langsam keinen Bock mehr. Und ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben. Da auch für den Champions League Sieg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem neuen Karrieremodus. Reinhardt kriegt gleich mal Gelb-Rot. Wunderbar. Dazu noch eine Verletzung. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Wie lange fällt er aus? Sieben Monate mindestens. 1,38. Komm, leck mich doch. Gehen wir jetzt einfach ab. Was haben wir hier noch gehabt gerade? Monatsbericht Jugendmannschaft. Verletzt. Drei Tage. Ja, fast mit sieben Monaten. Gut. Dann war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ich hoffe, ihr freut euch auf die neue Karriere. Ich tue es auf jeden Fall.